Lonely Planet hat gewählt. Alternative Städterreisen und kleine Reisejuwelen. Die Reiseexperten des Lonely Planet haben die 10 besten Reiseziele des Jahres in Europa gekürt. Suchen Sie noch nach einem Urlaubsziel für dieses Jahr? Vielleicht bietet die vom Reiseführer Lonely Planet herausgegebene Liste der 10 Regionen und Städte, die man 2018 besuchen sollte, eine Inspiration. Dem Verlag zufolge weist sie besonders spannende und unterschätzte Destinationen auf. Sie soll Reisende ermuntern, auch weniger besuchte Regionen von ab von Europas Hotspots zu besuchen. Die Hauptstadt von Albanien liegt am Fuße des Berges Dalzi und etwa 30 Kilometer Luftlinien von der Küste der Adria entfernt. Die Stadt hat im 21. Jahrhundert eine Aufwertung erfahren, viele Straßen wurden neu asphaltiert, der öffentliche Verkehr wurde ausgebaut, Barks sind entstanden und viele Bäume wurden gepflanzt. Blick über die Wohnblöcke in Tirana, die Hauptstadt von Albanien liegt am Fuße des Berges Dalzi. Quelle, Otspalsi-Gerti-Images Die Region im Südwesten Slowniens ist bekannt für ihre Vogelkirschen und für ihre guten Weine, vor allem für ihre Weißweine. Weinbeck in Slownien, Vipava ist bekannt für seine Weißweine. Quelle, Mnie-Gerti-Images Im Rahmen der 100-Jahr-Feier, mit der Litauen die Ausrufung seiner Unabhängigkeit als Republik feiert, finden 2018 viele Feste und Veranstaltungen im ganzen Land statt. Das Panorama von Vilnius, die Hauptstadt von Litauen ist eher noch ein Geheimtipp unter den Reisezielen. Quelle, Prüf-Gerti-Images Zum Abschalten bieten sich die unvorrierten Strände dieser Inselgruppe an, die östlich und südlich der Kyladeninsel Nexos liegt. Kofonesia ist bereits sehr beliebt bei Reisenden. Auf Iroaklia, Chinosa und Donosa kann man Lonely Planet zufolge einen Eindruck davon bekommen, wie auch die anderen griechischen Inseln vor einigen Jahrzehnten aussahen. Strand und Hafen aus Kofonesia, die griechische Insel gehört zu den kleinen Zykladen. Quelle, Sanche-Gerti-Images Schottlands viertgrößte Stadt ist eine moderne Großstadt. Für die Autoren von Lonely Planet sogar eine Stadt, die die Zukunft im Blick hat. So erhält in den nächsten Jahren das historische Hafenviertel eine Modernisierung. Die T-Rot-Bridge führt nach Dundee, sie zählt mit 2250 Metern Länge zu einer der längsten Autobrücken in Europa. Quelle, Lucentius-Gerti-Images Die vielen Lavendelfelder und Olivenhainer in der Provinze sind eigentlich schon Grund genug, hier seinen Urlaub zu verbringen. Keine andere Region repräsentiert die französische Art de Vivre besser als die Provinze. Nicht nur für Romantiker, die Provinze ist bekannt für ihre Lavendelfelder. Quelle, Ronnybas-Gerti-Images 2018 feiert der Kosovo zehn Jahre Unabhängigkeit. In dem im Herzen des Balkans gelegenen Land wartet ein Naturparadies auf Touristen. Pritzerin im Kosovo, die Stadt war ein religiöses Zentrum für die serbisch-aussodoxe Kirche. Quelle, Zimmergrafix-Gerti-Images Diese Region bietet eine wunderschöne Landschaft. Schließlich gehören alle bewohnten westfriesischen Inseln außer Texel zu Friesland. Die Hauptstadt der Region Friesland, Leowaden, ist eine der Kulturhauptstädte 2018. Dementsprechend bietet die kleine Stadt 2018 ein großes Kulturprogramm. Leowaden, mit seinen Kanälen erinnert die Stadt an Amsterdam. Quelle, Saganfotografie-Gerti-Images In Cantaprien im Norden Spaniens können Touristen Strände besuchen und Berge erklimmen, aber auch eindrucksvolle Städte und prähistorische Höhlenmalerei entdecken. Blick von einer Kleppe in Santander, die Region hat viel schöne Natur zu bieten. Quelle, Sico 3P-Gerti-Images Emilia Romagna ist 2018 Europas Reiseziel Nummer 1. Sie braucht sich hinter der Toskana oder Venetien gar nicht zu verstecken. Diese Region ist vor allem bei Menschen sehr beliebt, die gerne gut essen, hier kommen schließlich Parmaschenken, Balsamiküssig und Parmesankäse her. Kein Wunder also, dass es in Bologna sogar einen kulinarischen Themenpark gibt, Fico, minus und zwar den größten der Welt. Bresichilla, die kleine Stadt liegt in Emilia Romagna in Italien. Quelle, Flavio Valenari-Gerti-Images Die Liste der besten Reisedestinationen in Europa wird jedes Jahr von Lonely Planet herausgegeben. Reisespezialisten wählen sie aus, weil die Ziele gerade Thema sind, einzigartige Erlebnisse bieten oder einen Wow-Faktor besitzen. E, I, J, P E, J, P